Wir sind Setzmann. Dort oben sind wir in unserem Element. Die Leidenschaft, die Erfahrung, aber auch die Verantwortung, stetig den Status quo zu hinterfragen und nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten, werden seit vier Generationen weitergereicht. Und genau darin finden wir unsere Passion. Den Menschen ein stabiles Dach über dem Kopf zu geben, ihnen zu ermöglichen, voller Zufriedenheit zu leben. Deswegen sind wir seit über 85 Jahren für Sie auf den Dächern Frankens im Einsatz. Was macht ein Dach besonders? Die Materialien? Die Bauweise? Die Form? Oder ist es nicht vielmehr das, wofür es steht? Schutz, Wärme. Das Gefühl von Sicherheit, das es uns Menschen gibt. Wir stehen für Tradition wie Moderne. Für Flexibilität und zugleich Zuverlässigkeit. Alles ermöglicht durch ein Team, dessen Zusammenhalt so stark ist wie unsere Dacharbeiten selbst. Ob Neubau oder Sanierung, ob Steil- oder Flachdach, Blech oder Ziegel. Wir schaffen Ihnen Ihre ganz individuelle Wohlfühlatmosphäre. Selbstverständlich verhelfen wir auch Industriekunden mit Qualitätslösungen zu sicheren Produktions- und Bürostandorten. Mit der Installation von umweltschonenden Photovoltaikanlagen leisten wir als regional verwurzeltes Unternehmen unseren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Ganz gleich, welchen Traum oder welches Projekt Sie realisieren wollen. Egal wie komplex oder kompliziert Ihr Anliegen scheinen mag. Wir unterstützen Sie. Mit Lösungen, die halten, was Sie versprechen. Auf uns ist Verlass. Zetzmann